Und willkommen zurück bei Step by Step bei unserer neuen Folge, bei unserer wöchentlichen Moon Knight Besprechung und diese Woche geht es um die Psychiatrie oder im Englischen The Asylum und worum es in der Folge geht, hört ihr nach dem Intro. Step by Step. Uh, Serie. Step by Step. Uh, Serie. Serien, Serien, Serien. Willkommen bei Step by Step. Daniel? Hallo. Hallo. Wir müssen ganz still sein, denn wir sind in einem Grab. Grab. Wow, ich liebe deine Überleitung. Das ist ein bisschen outdated, weil wir ja nicht mehr in einem Grab sind, sondern in einer Psychiatrie. Aber vielleicht sind wir auch noch in einem Grab. Wir wissen es gerade nicht so richtig, wo wir sind im Zeit und Raum, denn es hat sich wenig geklärt, diese Folge. Es hat sich wirklich fast gar nichts geklärt und trotzdem fand ich sie grandios. Hey. Wie würde ich sagen, fand ich ziemlich geil. Du spoilerst jetzt schon. Du nimmst die Wertung vorweg. Okay, nein, nein, nein. Ich baue einen Plottwist ein. Ich sage jetzt, ich finde sie grandios und in der Mitte sage ich, ich mochte sie nicht. Ja, also ... Aber jetzt habe ich auch den Plottwist gespoilert. Also auf jeden Fall, nee, nee. Aber bevor wir anfangen, wir haben jetzt so unsere kleinen Rituale hier etabliert. Und eines davon, beziehungsweise ja genau das erste ist ja, dass wir darüber reden, also über irgendwelche random Ägypten-Dinge reden. Und letzte Woche haben wir dooferweise nicht wirklich gute Sachen vorbereitet, aber daraus hat sich ergeben, dass wir jetzt rausfinden wollten, wer denn eigentlich alles damals, also nochmal als Recap, es war wohl damals so, dass man mit Bier Arbeiter und Arbeiterinnen bezahlt hat. Und was uns dann gewundert hatte, war, wer bekommt eigentlich ... Also, wer wurde denn bezahlt? Weil theoretisch, Slaven wurden ja nicht bezahlt und es war eine Art der Bezahlung. Dann habe ich das ein bisschen gewundert. So, das heißt, ich bin jetzt mal ein bisschen tiefer in diese ganze Geschichte reingeraten. Danke dafür. Habe erst mal rausgefunden, dass es Bier nicht seit deutschen Klöstern gibt, sondern schon in Ägypten angefangen hat. Das ist ein trauriger Fakt, den ich erst lernen musste. Kulturschock. Kulturschock? Nein. Aber auf jeden Fall, es war wohl so, dass die Pura ... Also, Bier galt sehr lange als Nahrungsmittel. Also, dieser Witz immer, der in Bayern, in Bayern, in Bayern gemacht wird, dieses, ja, eine Mahlzeit, bla, 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 das war halt damals wirklich so. Also, du hattest wohl ... Also, die Hieroglyphe für Nahrung war sehr lange so, ich glaube, Brot und Bier. Wie sah denn das Bier aus? Das war die Zusammensetzung. Wie bitte? Wie sieht Bier als Hieroglyphe aus? Äh, Bier als ... Habe ich nicht ... Wir sehen hier einen Podcast. Ich kann es nicht zeigen. Ich weiß es nicht. Shit, das habe ich nicht nachgeguckt. Die haben ja keine Gläser gehabt. Die ... Ja, ja, die hatten das dann in so Töpfen drin. Okay. Und der Topf ... Weil ich meine, jetzt ist ein Bierglas, ist jetzt charakteristisch für Bier. Aber was war das ägyptische Äquivalent für Bierglas, damit die auch ... Jetzt hast du mich outgecalled. Sorry. Das habe ich nicht ... Das habe ich nicht recherchiert. Mist. Okay, gut. Ich werde das nächste Mal im allerkleinsten Detail die Hieroglyphe für Bier vertonen. Aber auf jeden Fall war es so, dass damals hart arbeitende Pyramidenarbeiten täglich drei bis vier Brote und zwei Krüge Bier bekommen haben. Und das ist ein Äquivalent von circa ... Für circa vier Liter Bier. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, also okay, sie waren schon ein bisschen bedüdelt danach wohl. Also anders kann es nicht sein. Aber natürlich hatte das Bier damals nicht so viel Prozent wie das Bier heute. Also Bier haben aber nicht nur die bekommen als Bezahlung, sondern es war auch ganz lange Getränk für die reichen Menschen. Und es war auch sehr lange eine Grabbeigabe. Genau, aber es haben im Endeffekt alle bekommen. Offiziere haben Bier bekommen und Soldaten. Also es war wirklich durch die Reihe weg. Aber halt auch Slaven und Slaven haben Bier bekommen. Bier für alle. Bier für alle. Genau. Das war so ein Ding. War es das? Ich weiß gerade gar nicht. Ich überlege gerade. Ja. Ich glaube, ich sollte nur recherchieren, wer alles Bier bekommen hat. Ja. Nee, ich bin begeistert. Und es waren Soldaten, Offiziere, alle. Ich finde es auch ganz toll. Hatte auf jeden Fall jetzt eine Frage geklärt, die sich die brennend die Woche lang über unter meinen Fingernägeln brannte. Bild. Okay. Dann können wir jetzt direkt weitermachen und darüber reden. Über die Person, die mit einem Fuß fast zum Grab steht. Und zwar die neue Folge, in der, also ich meine, wir wissen ja schon, dass er in dieser Psychiatrie ist. Und die Psychiatrie ist jetzt schon stark etabliert. Und wir haben jetzt schon Tavaret gesehen. Also diese Hypo-Göttin, die Göttin der Fruchtbarkeit und der Kinder. Oder, ja, möchtest du anfangen, alles zu erzählen? Ja, alles. Ich erzähle jetzt alles. Nee, tatsächlich haben wir uns bei der Folge jetzt gedacht, dass wir ein bisschen von unserem normalen Konzept abweichen und nicht so chronologisch durchgehen. Sondern ich würde jetzt einen kurzen Abriss machen von den gröbsten Sachen, die passiert sind. Und dann tauchen wir in die einzelnen wichtigen Plotpoints ein bisschen mehr und tiefer ein. Weil die Folge das, glaube ich, mehr hergibt, dass man über einzelne Punkte verstärkter redet und weniger über die Handlung so, dass wir da jedes Detail mitnehmen. Weil ich glaube, das ist eine Folge, die, ja, eben jetzt nicht so auf die krassen kleinen Easter Eggs aus ist, sondern dass wir ein bisschen mehr auf die großen Punkte eingehen, die besprochen werden. Und, also, das Rahmen-Setting ist, dass Tavaret, die informiert auf jeden Fall unsere beiden Darlings, dass sie tot sind oder nur Mark oder wer auch immer ist tot. Und sie sind auf einem Schiff in Richtung Jenseits unterwegs. Also, ist ja das Field of Reads. Hier haben wir einen Rückblick auf unsere erste Folge, wo wir schon das Field of Reads, ein Shoutout gemacht haben, weil Steven einem kleinen Kind das in der Museumshalle erzählt. Also, hier, kleines Foreshadowing aus Folge 1. Und die grobe Rahmenhandlung ist, dass Mark und Steven ihre Herzen, die von Tavaret auf eine Waage gelegt werden und eben gewogen werden gegen eine Straußenfeder, wie wir das auch schon in unserem Podcast erklärt haben, warum man das macht. Und, dass die Waage sich eben nicht ausgleicht, so wie das bei Harrow schon auf dem Arm ist und dass Steven und Mark rausfinden müssen, warum sich die Waage nicht ausgleicht und versuchen, das irgendwie in Gleichgewicht zu kriegen. Also, Tavaret sagt tatsächlich, dass irgendwas fehlt. Also, die sind nicht vollständig, die beiden. Und deswegen gehen Mark und Steven auf eine kleine Reise durch ihre gemeinsame Vergangenheit oder durch Marks Vergangenheit wohl eher, um rauszufinden, warum sie eben unbalanced sind auf der Waage. Und gleichzeitig wird hin und hergesprungen zwischen eben diesem Schiff-Handlungsdrang und dann noch einem anderen, einer anderen Zeitebene und einem anderen Handlungsdrang, wo Mark sich mit Harrow unterhält in einem, in so einem Psychiatrie-Office. In einem Therapiezimmer hat er. Genau, das haben wir auch schon gesehen, letzte Folge. Und, ja, dann tauchen wir eigentlich sehr viel in Marks Vergangenheit ein und lernen da verschiedene Sachen. Und ich würde sagen, dass wir da jetzt auf die einzelnen Sachen ein bisschen mehr eingehen. Oder habe ich in der Rahmenung irgendwas Wichtiges vergessen gerade? Nö, eigentlich jetzt nicht. Finde ich eigentlich ganz gut. Also, keine Ahnung, über das Ende reden wir dann danach. Am Ende, ja. Wie das ausgeht am Ende, okay. Ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir mit dem Punkt anfangen, über den wir schon viel gesprochen haben. Nämlich Marks Söldner-Vergangenheit und die Menschen, die er umgebracht hat und Buschmann als Name fällt endlich auch, über den wir schon seit, über den du. Ich möchte echt dir hier nicht deinen Ruhm klauen als Comic-Expertin. Du weißt Bescheid. Du hast, du rettest das Comic-Wissen und hast Buschmann, glaube ich, schon vor drei Folgen gecallt oder vor zwei. Und jetzt wissen wir endlich, was es damit auf sich hat und gleichzeitig, wie Mark zu Moon Knight geworden ist. Möchtest du, möchtest du darüber was sagen? Also, im Endeffekt ist es ja so, dass es genau so passiert, wie eigentlich auch Fast-Terror was gesagt hat, aber halt nur, dass Mark jetzt nicht unbedingt was dafür konnte. Der Name, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, Buschmann fällt, ich denke, das ist eher so ein bisschen Name-Dropping. Der wird später wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen, aber genau, also Buschmann hat auch in den Comics den Vater von Marlene umgebracht. Aber sie haben ja Marlene und Layla umgenannt. Und ja, sie haben, also er ist ja am Sterben und während er stirbt, oder als er kurz davor ist zu sterben, rettet ihn Konju. Genau, das war eigentlich, also im Endeffekt ist das exakt so, wie das sich auch in den Comics, also wie das auch in den Comics passiert ist, habe ich schon, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das vor zwei Folgen war oder nicht, aber vor zwei Folgen war das. Und da, was mich da ein bisschen irritiert hatte kurzzeitig, war dieses, dass Konju ihn sabotiert hat. Also klar, Konju möchte einen Menschen als Host, aber er hat, also Konju hat ja im Endeffekt genau das gemacht, was er auch gesagt hat. Und, also, er ist, er bringt Mark dazu, Menschen zu bestrafen, die was Schlechtes gemacht haben, so. Aber er sagt ja nichts anderes. Deswegen hat mich da ein bisschen verwirrt, wie Steven ihm versucht zu erklären, dass Konju nicht gut ist. Also das weiß ja Mark eigentlich. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das auch ein bisschen, also ich fand es ein bisschen redundant. Ich habe es nicht verstanden. Ich weiß, dass Konju ein bisschen schwierig ist. Also, ich habe tatsächlich den Aspekt des Manipulierens daran nicht verstanden, also was daran manipulativ sein soll, weil, wie du ja schon gesagt hast, er sagt genau das, was Mark dann auch im Endeffekt tun muss. Es kann natürlich manipulativ sein, weil es halt in einer Situation ist, wo Mark eigentlich keinen anderen Ausweg hat, außer Tod. Aber ist ja dennoch ein, ein ehrlicher Pakt gewesen. Ja, also das hat mich nämlich auch, also ich weiß nicht, es hat mich auch verwundert, obwohl ich mir dann überlegt habe, also es ist jetzt ein bisschen etabliert, dass Steven, das kommt ja dann später jetzt nochmal, dass Steven, also, oder Stevens Alter, oder Steven Als Alter, eine beschützende Funktion Mark gegenüber einnimmt. Und, dass das vielleicht das ein bisschen zeigen sollte, so, ey, Konju hat nicht das Beste für dich im Sinn, nur, dass du das halt weißt. Also, so könnte ich mir noch erklären. Ja, das wäre natürlich dann ein bisschen heavy-handed irgendwie, also ein bisschen gezwungen. Aber, ja, also generell, die, die ganze Szene waren viele Sachen, die wir irgendwie schon wussten. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ist, weil du einfach zu krasses Comic-Knowledge hast, aber es ist ja auch mit, mit dem, was Arthur gesagt hat, war die ganze Sequenz so ein bisschen, ja, Also, wie du schon gesagt hast, das ist so ein bisschen redundant. Wir haben es jetzt alles bestätigt bekommen, was passiert ist. Was ich krass fand, war, dass die Serie wieder sich traut, in sehr extreme, für Marvel extreme Gewalt. Ja, sehr dank. Und Leichendarstellung zu gehen, also, die, die sind ja in diesem Psychiatrie-Flur, wo eben verschiedene Türen zu verschiedenen Erinnerungen oder Stationen im Leben von Mark führen. Und Steven geht in einen Raum rein, wo eben die ganzen Menschen, die Mark umgebracht hat, als blutige Leichen, so an casual, an Tischen sitzen. Das ist schon wieder eine Sache, wo ich mir gedacht habe, Marvel, you're taking the next step, I guess, in Horror-Direction. Also, es ist schon sehr düster, generell die ganze Folge hat einen super düsteren Vibe, hat mich auf jeden Fall beeindruckt. Was mich da auch so ein bisschen verwundert hat dann, also, dieses Afterlife, da kommt man nur hin, wenn man sich komplett seinem Leben nur gestellt hat, oder? Du musst nicht eine gute Person sein, sondern du kommst da wirklich, also, du kommst da rein, wenn du sozusagen, wenn alles, was dich belastet, wenn du das losgeworden bist. Meinst du jetzt dieses Field of Reads? Ja. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass Steven und Mark ein besonderer Fall sind, weil Harrow, als der die gewogen hat in der ersten Folge, hier schon diesen sehr erstaunten Gesichtsausdruck hatte nach dem Motto, Also, das ist bei mir noch nie passiert, diese Wagen, die gleichen sich überhaupt nicht aus. Und dass dieser Fall von Wagen gleichen sich nicht aus, dass das eben nie passiert. Und dass Mark und Steven die Balance in dieser Waage finden müssen, oder halt die Balance in ihrem Leben und Sachen, die sie belastet haben, damit die Waage überhaupt eine Chance hat, in eine Richtung irgendwie auszuschwenken. Und ich vermute, bei allen anderen Menschen, die jetzt auf diesem Boot unterwegs sind, da wird das Herz auf eine Waage gelegt und es ist entweder gut, es schlägt aus, dass die Feder eben nicht schwerer ist, oder? Jetzt habe ich gerade vergessen, welche Richtung was ist. Es schlägt entweder in gut oder schlecht aus und dann werden die, glaube ich, entweder über Bord geschmissen oder können eben in dieses Field of Reads segeln. Ich glaube, diese Psychonummer mit dem Confront Your Past, das ist eine Stephen-Mark-unique-Sache. Obwohl, es heißt ja irgendwie, dass das Seelen sind, die nicht das eine oder das andere sind und die wurden ja nach und nach ausgefiltert von, also es war ja dann ganz, wenn wir jetzt mal bis zum Ende skippen, hatte ich das Gefühl, dass diese Seelen, die da in Lila gezeigt wurden, irgendwie auch nicht ganz ausgeglichen sind. Welche Seelen meinst du? Ich fand das, also ganz am Ende war das ja irgendwie ein Angriff von Amit, der da gezeigt wurde. Auf das Schiff? Mhm. Nee, ich glaube, das war ein Angriff von, einfach von den, von den Seelen, die nicht in das, in das Paradies gekommen sind, die dann eben die Leute, die nicht in das Paradies kommen, einfach drunter ziehen zu sich. Genau, das sind die, aber dieses, also da kam ja auch so Licht darunter. Ich muss sagen, ich fand das, ich fand's cool, dass die so auf dem Weg in ihre Vergangenheit gegangen sind und so, aber ich fand so dieses Ganze umrum nicht ganz so gut erklärt. Und ich, also wie man jetzt vielleicht auch so ein bisschen merkt, war das so ein bisschen, hm. Du meinst das mit dem Schiff? Ja. Ja, ich finde generell, dass mit dem, das Konzept, dass man das jetzt wieder in so großen Bildern mit einer riesigen Wüste und einem riesigen Schiff und irgendwelchen Afterlife-Konzepten, dass man eine eigentlich sehr persönliche Story, dass die Macher in den Drang verspüren, das jetzt wieder in so einem großen Ding zu rahmen, eigentlich ein bisschen schade, weil das hätte es nicht gebraucht. Die Story ist so an sich, die in der Folge erzählt wird, zu der wir auch noch kommen, ist so viel stärker, dass es diesen künstlich erzeugten Druck von wir müssen die Waage ausgleichen, dass es das nicht braucht, das steht eigentlich nur im Weg und macht den ganzen Konflikt ein bisschen trivialer. Also sagen wir so, es ist halt irgendwie ein bisschen verwirrend, weil man davor ja echt gedacht hat, dass das in seinem Kopf alles existiert, also ist so, wie so die letzten paar Sekunden, bevor er stirbt. Aber es sieht jetzt ja echt so aus, als wäre das echt. Also ich bin ein bisschen verwirrt, weil sie sprechen ja auch davon, dass es so ein Realm ist und wir wissen ja allein schon Asgard und sowas oder The Quantum Realm, also wir wissen ja, dass diese verschiedenen Welten irgendwie existieren und alle Teil von dem Ganzen sind. Wie, glaube ich, im ersten Tor erklärt wird. Und es gibt ja auch die Götter, also die existieren. Osiris existiert, Konju existiert, Amit existiert. Das heißt, dass Taveret existiert und dieses Afterlife auch, ist halt eindeutig im Rahmen der Möglichkeiten. Das muss ich nicht nur im Kopf abspielen. Das ist halt so die Sache. Das kann halt alles fantasymäßig möglich sein, aber es kann sich auch alles im Kopf von Mark Steven abspielen, weil Steven ja übel der Ägypten-Nerd ist. Also der, dass es dadurch einfach entstanden ist. Also habe ich mir auch richtig viele Gedanken drüber gemacht, aber ich würde, wie du auch gerade eben angedeutet hast, glaube ich, dass die Serie gerade zu viele Zeichen und zu viel Erklärung macht dafür, dass das nur Bullshit ist. Also dass es nur in dem Kopf ist. Also ich habe das Gefühl, dass gerade sehr viel Setup dafür ist, dass sie dann daraus irgendwie entfliehen können durch Osiris-Hilfe oder Teverez-Hilfe. Und dass man eben auch schon die Seelen sieht. Ach, jetzt weiß ich, was du meintest mit dem Angriff von Amit. Und ich glaube, was da gemeint ist, ist, dass schon diese Apokalypse schon losgeht, oder? Dass Harrow einfach schon ... Dass die schon anfangen, runterzukommen. Genau, dass Harrow verfrüht Seelen nach unten schickt, obwohl da noch gar nicht die Zeit ist. Oder halt Amit. Und dass ja irgendwie dann alles sehr viele Sachen sind, die im Kontext der Serie in großen Anführungszeichen logisch sind. Und das bräuchte es dann ja, wenn alles eingebildet ist, theoretisch nicht, dass man das jetzt die ganze Zeit so plausibel einordnen muss. Ja, das wäre viel zu großer Aufwand dafür, eindeutig. Ja, und irgendwie ist es auch unnötig. Ja, wollen wir mal direkt über die persönliche Vorgeschichte von Stephen Mark reden? Ich würde noch ganz kurz bei der unausgeglichenen Waage bleiben, denn da ist ja eine Sache im Busch, die seit zwei, drei Folgen, wo wir drauf warten, wo wir jetzt auch auf unsere Prognosen von der letzten Folge zurückkommen können. Warum sind denn die, warum gleicht sich die Waage nicht aus? Warum sagt Teverett, dass die unvollständig sind? Also, dass die Herzen unvollständig sind, dass irgendetwas fehlt. Es fehlt denn die dritte Persönlichkeit. Wo ist die? Ja, und ich glaube vor allem, dass halt auch Mark, also dass viele Dinge, die sozusagen Mark Stephen falsch gemacht haben oder Dinge, für die Amit verurteilt, dass das Dinge sind, die Luke gemacht hat, Jake, Jake, Jake heißt er, ne? Ja, der andere, der andere, dass der die gemacht hat, aber dadurch, dass die Herzen von Mark Stephen davon irgendwie nicht betroffen sind direkt, weil sie das ja selbst nicht mitbekommen haben, dass das deswegen einfach im Ungleichgewicht ist. Ja, also ich... Das könnte ich mir ja gut vorstellen. Das ist wie so eine, na, gar nicht mal böse, aber dass die immer die dreckige Arbeit gemacht hat, um Mark vom Allerschlimmsten abzuhalten. Also, was ich mich gefragt habe nach der Folge, wir kriegen wirklich die ganze Zeit Hints, dass es noch eine dritte Persönlichkeit gibt. Also wirklich große Hints. Aber dann heißt es, es gibt eben ein, es gibt irgendwas, was fehlt in dieser Waage und ich war direkt, ja, okay, es fehlt halt das dritte Herz. Weil wie kannst du eine ganze Person judgen mit dieser Waage, wiegen, das Herz einer Person, wenn eben so ein großer Teil des Gesamtkonzeptes fehlt. Aber, jetzt nehme ich das Ende vorweg, am Ende gleicht es sich ja aus. Also es gleicht sich aus, obwohl nur zwei Herzen auf der Waage sind. Und wir haben nur noch eine Folge in der ganzen Serie. Und da habe ich mich wirklich gefragt, bekommen wir noch eine dritte Persönlichkeit? Weil ich bin jetzt gerade auch an der Stelle, wo ich denke, jetzt sind es nur noch 40, 50 Minuten über. Will ich das jetzt überhaupt noch sehen? Weil ich glaube nicht daran, dass jetzt noch die große Zeit, weil Harrow ist noch da, Amit, der ganze Konflikt. Meine Fan-Theorie muss noch bestätigt werden, wo ich mir zu 100% sicher bin, dass das noch passiert. Also der True-Villain-Plot-Twist. Unsere beiden True-Villain-Plot-Twists fehlen noch. Und da fragt man sich, kommt der Jake noch? Und will ich ihn überhaupt noch sehen in der Serie? Was sollen diese ganzen Hints? Also ich war mir wirklich zu 100% sicher, dass unsere Prognose stimmt, dass wir ihn diese Folge sehen. Aber offensichtlich nicht. Ja, vielleicht, weil es offensichtlich war, haben sie es nicht gemacht, was ich sehr frech finde. Und hat es sich denn echt ausgeglichen, ausgeglichen? Oder fehlt da doch noch so? Weil es wurde ja immer nur immer langsamer. Heißt ja nicht, also kann sein, dass es vielleicht auch noch ein bisschen aussteigt. Ich hatte bei dieser Folge auch sehr auf eine After-Credit-Szene gewartet. Hab mir echt gedacht, okay, hier muss eine kommen. Die können mich nicht so hängen lassen, so. Aber nee. Ich will Jake auf jeden Fall noch sehen. Ich weiß noch nicht, wie du jetzt auch schon gesagt hast, ich weiß nicht, wie sie es jetzt noch in einer letzten Folge alles packen wollen. Also die Besiegung, äh, das ist die Besiegung. Äh, der Sieg über, über Amit, wenn überhaupt einer kommt. Ähm, dann. Die Rückkehr von Steve. Sorry, ich. Das ist jetzt meine erste Serie, die ich hier raushau. Ey, dass unser Lieblingscharakter weg ist. Ich kann es nicht glauben. Das war der emotionalste und schlimmste Moment in dieser ganzen Serie. Da kommen wir noch zu. Da kommen wir noch zu. Ja. Das braucht sein eigenes Segment, wo wir fünf Minuten nur schweigen. Das braucht sein eigenes Setting. Ja. Aber genau, dann gehen wir noch. Dann können wir jetzt weitergehen, oder? Genau, weil jetzt kommt wieder eine Überleitung von mir. Bitte. Jetzt kommen wir nämlich in die Vergangenheit von Marc. Und da frage ich mich auch, weil wir kriegen jetzt eine plausible Entstehungsgeschichte von Steven. Wo ist die plausible Entstehungsgeschichte von Jake? Das sollte eine Überfrage sein, wenn wir jetzt über die Vergangenheit von Marc reden. Weil so wie die beiden, Steven und Marc, jetzt zusammen funktionieren, ist es super logisch und sehr gut erklärt. Wäre es noch cool, da jetzt noch eine Persönlichkeitsgeschichte reinzuschreiben. Aber ich greife vor. So viel lacht. Ja, weil ich überlege gerade, womit wir dann... Also dann gehen wir doch jetzt einfach mal zu der Geschichte halt von Marc. Es ist ja so, dass rauskommt, dass Marc ein Kind eines gewalttätigen Haushalts ist, nachdem er dabei war, als sein Bruder gestorben ist. Also als er sehr klein war, sind sie zusammen in eine Höhle gegangen und da hat es geregnet, da ist wohl Wasser reingelaufen und der Bruder ist ertrunken und er hat überlebt. Sein Vater ist damit sehr... Also macht ihm keine Vorwürfe oder macht Marc keine Vorwürfe. Die Mutter dahingegen ist zerfressen von Trauer, die irgendwann in Wut umgeschlagen ist gegen Marc. Und im Verlauf der Episode, am Anfang denkt man nur... Also denkt man sich schon so, okay krass, also die schreit ihn ja wirklich an und sagt, das ist deine Schuld. Und irgendwann merkt man auch, dass sie handgreiflich wurde und ihn geschlagen hat. Und das war der Moment, in dem Steven ins Leben gerufen wurde oder in dem sich die Persönlichkeit von Steven abgespaltet hat. Und zwar Steven ist dafür da, ein behütetes Leben zu führen. Alle schlimmen Sachen sind in Stevens Persönlichkeit sozusagen ausgeblendet. Die Schläge hat nicht Steven, sondern Marc endured. Und Steven konnte damit eine Kindheit führen und ein Leben, in dem er dieses komplette Trauma nicht mitbekommen hat. In dem er noch nicht mal weiß, dass seine Mutter gestorben ist. In dem Steven glaubt ja, dass seine Mutter noch lebt. Das hat man ganz am Anfang gesehen, dass er häufig mit der Mutter telefoniert hat. Und weil nämlich der Tod der Mutter auch Marc so mitgenommen hat, dass er, dass Steven im Endeffekt ab dem Zeitpunkt, der den Körper dauerhaft übernommen hat. Also ich muss sagen, diese Erklärung war super, schön kann man eigentlich in dem Zusammenhang nicht wirklich sagen, aber es war sehr plausibel hergeleitet, sehr emotional. Also ich habe echt, ich habe mich vor dieser Folge gefunden und war richtig mitgenommen. und alles, was ich weiß über das Krankheitsbild, hört sich das auch alles ziemlich plausibel an. Also diese Alters, die entstehen ja meistens, wie ich das verstanden habe, in der Kindheit. wenn dem Kind etwas Traumatisches passiert und dem Kind ist, also Mutter Marc, ist wohl sehr viel Traumatisches passiert und ich glaube nicht, dass die Spaltung von Steven in dem Moment passiert ist, den wir onscreen gesehen haben. Ich glaube, das ist schon sehr viel früher passiert. Also so hätte ich das jetzt interpretiert, dass man da nur gesehen hat, wie er das dann gehandhabt hat. dass er kurz halt gespielt hat und dann war da wieder Marc und dass das halt irgendwie so ausgeglichen wurde. Ja. Ja, aber es hat mich auf jeden Fall extrem mitgenommen. Ich fand, ich finde ein bisschen, vielleicht hätte die Folge eine Triggerwarnung gebraucht, dafür, dass das so eine Serie ist, die ja schon eher im Mainstream ist und das sehr, sehr harte Themen anspricht. Aber ja. Ja, hätte gut sein können, wobei, ich glaube tatsächlich, solche Triggerwarnungen kommen kommen nur vor, wenn da auch diese irgendwelche FSK-Richtlinien irgendwie krass überschritten werden oder dann, dass dann die Leute sagen, die irgendwo verantwortlich sind, das braucht jetzt eine Triggerwarnung und eigentlich emotionale Sachen, die es viel eher bräuchten, ganz oft keine haben. und dass es jetzt in diesem Marvel-Kosmos in so eine Richtung geht und da wahrscheinlich dann auch echt junge ZuschauerInnen davor sitzen, naja, ist auf jeden Fall eine Choice. Ja, ich meine auch vor dem Hintergrund, ja, ja, ich meine auch vor dem Hintergrund, dass auch so Sachen wie häusliche Gewalt durch Corona ja krass gestiegen sind und so. Ich finde, das sind schon Punkte, die man ein bisschen mitbedenken sollte. wie schon gesagt, das ist gut inszeniert, das nimmt sehr stark mit, es ist nur, sollte man sich ein bisschen der Verantwortung bewusst sein und da am Anfang sagen, was die Folge auch, wenn das bedeutet, dass es im Endeffekt auch ein Spoiler ab einem bestimmten Punkt ist. Ja, aber trotzdem wertet das ja den Inhalt nicht ab, also ich bin sehr beeindruckt von Marvel an der Stelle, dass vor allem, was ich richtig cool finde, ist, dass das ein bisschen umgedreht ist. Ich hatte das Gefühl, bei vielen Marvel-Serien oder Marvel-Konzepten fangen Storys an, dass sie interessant sind, also fangen mit einem interessanten Ansatz an, der wie bei zum Beispiel WandaVision auch in eine sehr psychologische Richtung geht und auch im Umgang mit Traumata und Kummer und Schmerz solchen Sachen sich beschäftigt hat und die Serie dann zum Ende in so einen sehr Marvel-typischen Climax sich gesteigert hat und bei Moon Knight ist es jetzt fast andersrum, also wir sind mit schnellem Horror eingestiegen, psychologischem Horror, dann hatten wir Abenteuer, dann eine sehr horrorlastige Folge und jetzt, wo wir die ganze Zeit einer Figur gefolgt haben, wo wir auch in der letzten Folge gesagt haben, wir würden gerne mehr über Mark wissen, dass die Figuren sind uns noch irgendwo zu blass, dass jetzt zum Ende der Serie das passiert, dass diese, die Serie ganz das Tempo runter nimmt und eine unglaublich emotionale, psychologisch kluge Folge erzählt, die auch also meines Wissens nach sehr, sehr gut recherchiert ist, also das haut echt alles hin und ist ein sehr respektvoller Umgang mit dem Thema, wo wir am Anfang auch gesagt hatten, also ich habe ja schon von Anfang an drauf gepokert oder halt hätte es tatsächlich schön gefunden, wenn es diesen ernsthaften Umgang mit der Krankheit, mit dem Krankheitsbilden gegeben hätte und ich dann meinte, ich glaube, dass es bestimmt irgendwo wird es einen Trauma gegeben haben, weshalb sich diese Person abgespalten hat, wir aber auch dachten, dass es vielleicht eben nur auf dieser Comicschiene bleibt, wo das bisschen mehr Genau, dass sie sich vielleicht gar nicht so trauen, da so krass reinzugehen. Aber haben sie trotzdem gemacht und ich finde es richtig cool, ich finde auch die Entstehungsgeschichte von Steven im Endeffekt, dass der aus einem Abenteuerfilm ist, wo wir letzte Folge noch drüber gelacht haben, der Steven Grant, der, gibt es irgendeinen Catchphrase, dass man sich auf Steven Grant verlassen kann oder im Zweifelsfall wählt Steven Grant. der im Endeffekt gar nicht so der ist, der nichts kann und der klein ist und der sich nicht verteidigen kann und schwach ist, sondern dass er eigentlich immer der Beschützer war. ist es entstanden aus einer kindlichen Fantasie, die einen Abenteuerfilm gesehen hat, wo eine Figur eben super stark und mutig und einfach cool war wahrscheinlich, der Abenteurer und das wirft im Rückblick ein ganz anderes Licht auf die ganze Serie, also auch auf diese Faszination mit dem Abenteuer und der Schatzsuche und Steven als Figur, wo wir am Anfang auch gesagt haben, der ist super kindlich und dass das irgendwo ein bisschen störend ist, sind alles Aspekte, die mit dieser Wendung auf einmal einen ganz tragischen Sinn ergeben. Das ist mir da auch, also da muss ich mich jetzt auch dran denken, wie wir am Anfang gesagt haben, dass er so naiv ist, dass er wahrscheinlich ganz neu ist und dieses Naive kommt halt im Endeffekt daher, dass ja alles Traumatische und Schlimme von Steven weggehalten wurde. Steven hatte immer ein schönes Leben bis zum Tod der Mutter, wo Mark sich ja in den Hintergrund oder in den, ich weiß nicht, wie die Bezeichnung dafür ist, aber wo er dann nicht mehr sozusagen der Haupthost war, vom Körper, sondern es auf einmal Steven wurde in dem Punkt und er ihm die komplette Kontrolle gegeben hat oder das halt einfach passiert ist und das finde ich halt jetzt ganz schön, dass wir irgendwie so gesagt haben, der ist so naiv und so Kind, ja genau, dieses Kindliche, dass es einfach nur daher kommt, dass der ein schönes Leben hat. Und dass er eben oder halt schönes Leben im Sinne von halt, ne, dass der, dass dem diese Dinge halt einfach nicht Beziehungsweise er hat sie ausgeblendet. ne, also Steven an sich ist es ja nicht passiert, sondern mal. Ne, also er ist ja, er hat ja auch in den Zimmer gespielt, während er von der Mom angeschrien wurde. also diese Persönlichkeit von Steven sieht die Sachen einfach nicht. Also der telefoniert ja auch mit seiner Mom, obwohl niemand antwortet. Ach so, meinst du, In einem Schutzraum, wo er einfach die Sachen, die Mark nicht mehr aushalten kann, dass es eine Person gibt, die die einfach nicht wahrnimmt, glaube ich. weil der sitzt ja in dem Zimmer, der sitzt in dem Zimmer und spielt mit seinen, mit seinen Spielzeugen und die Mom kommt rein und schreit ihn an und tritt die Tür ein oder so und der spielt einfach weiter. Also der, ah stimmt, stimmt, dass der das dann einfach, ja das finde ich dann krass, weil ich habe das irgendwie so interpretiert, dass Steven der Zufluchtsort war, wenn es alles passiert ist, dass das die Person war, die sich zurückziehen konnte, die es gut hatte. Aber dann habe ich das falsch verstanden. Also ich würde jetzt meine Interpretation nur anhand dieser einen Szene, weil mich das auch beeindruckt hat, dass er da einfach weiterspielen kann und weil er eben mit der Mom auch telefoniert. Ich glaube einfach, Steven lebt in der Illusion des perfekten Lebens und ist dadurch irgendwo halt ein Schutz davor, dass das gesamte System nicht an dem Koma von Mark zerbricht. Ja, nee das stimmt. Und sonst, also ich finde wirklich, dass auch dieser Child-Actor, die wurden alle super gut gecastet, also die sehen sich alle wirklich beängstigend ähnlich. Also es könnte echt sein, dass das die Junge und die Jugendliche und alte Version sein können voneinander. Das finde ich immer sehr schön. Voll oft passen so Kinder nicht zueinander. Das hat mir da ziemlich gut gefallen. Und natürlich halt super viele, also allgemein halt super viele starke emotionale Szenen. Halt auch, wenn man nochmal zu dieser Beerdigung von der Mutter geht, die Mark zu der Mark gehen wollte und die er halt emotional nicht ausgehalten hat, die im Endeffekt der Knackpunkt von dem ganzen Ding waren. Und es war so gut gespielt und da wurde auch die jüdische Repräsentation reingebracht, also das Mark ja jüdisch ist, fand ich auch sehr, sehr schön umgesetzt und da fand ich auch gut, dass sie es reingebracht haben. Ja, ich finde es auch so ein bisschen, ein bisschen verwirrt war ich schon über die Rolle vom Vater, aber man kann ja auch nicht alles so ein bisschen reinbringen, weil es der Vater da irgendwie nichts gemacht hat, aber das sind ja eh immer so diese Fragen, so dieses, okay, hätte er nicht, oder ist der Vater jetzt ein Arschloch oder ist der, also was hat er die ganze Zeit gemacht, hat er das nicht gesehen, aber das sind halt immer diese Argumente, die halt in solchen Fällen super oft kommen, vielleicht war er selbst, also vielleicht war der Vater selbst Opfer häuslicher Gewalt, das weiß man halt nicht. Das ist jetzt auch einfach zu wenig Zeit, um in solche Aspekte auch noch reinzugehen, also es ist super gut, dass sich das auf Steven und Mark so genau fokussiert und ja, ich wollte auch nochmal sagen, genau in der Szene ist Oscar Isaacs Acting einfach zu krass, also ganz, ganz Riesenrespekt, am Anfang war ich auch noch skeptisch, dass das alles ein bisschen zu drüber ist, aber mit der Folge spätestens wow, ich bin beeindruckt. Ja, ey, zum Glück hat Marvel genug Geld, im Schreckstrich Disney, um sich Oscar Isaacs für eine ganze Serie leisten zu können, habe ich mir echt mal gedacht, was für ein unglaublich talentierter Schauspieler das ist, dass man so jemanden für so viel Zeit auf dem Bildschirm sieht, wie toll er ist. Ich glaube, die halten den hostage seit, seit Star Wars. Ja, oh Gott. Oh Gott. Ja, also das war, das war wirklich erste, erste Klasse, was da passiert ist. und genau deswegen war man ja auch so krass mitgenommen am Ende. Also ich war wirklich, wirklich traurig. also ich habe einmal, da war ich geschockt, dann kam, als sie gerade sich so ein bisschen, also als Steven alles rausgefunden hat, haben sie ja gerade angefangen sich so, oder angefangen, dann waren sie endlich so auf einem Nenner und ich kann mir auch gut vorstellen, dass diese Waage schon längst eingependelt war, als auch Steven noch an Bord war. Möchtest du über den tragischen Moment reden? Ich möchte schon irgendwie ganz gerne über den tragischen Moment. Ja, wir haben es jetzt oft angeteasert. Lass du uns so reden. Okay, okay. Und zwar, ach Gott, jetzt kann ich euch darüber ohne Emotion emotional, dieses Folge ist so traurig, aber ich kann nicht anders, sie ist wirklich heftig. Ja genau, diese Viecher oder diese Menschen, die nicht in das Field of Reeds gekommen sind, greifen die ganze Zeit das Schiff an und ganz am Ende wird Mark fast runtergeworfen und Steven packt dieses Vieh und wirft sich damit vom Bord und rettet ihn im Endeffekt. Also er wollte es jetzt, also er wollte sich nicht opfern, das habe ich jetzt nicht das Gefühl, aber er hat ihn halt gerettet und ist dann deswegen runtergefallen und wird in der Manier von ich kann es nicht sagen, doch ich muss, von Anna bei Eiskönigin verstandert. Shout out. Sorry, es war genau an unseren letzten Podcast. Shout out. Frozen 1 gegen Frozen 2, das Filmduell. Genau im richtigen Moment, hier ist der Mut, um Werbung für die Eiskönigin zu machen. Eindeutig. Hä, ist auch nicht das lieb. Ne, genau, wir haben einen fantastischen Podcast gemacht und zwar ein Filmduell, Frozen 1 gegen Frozen 2. Hier ist der Shout out, Shout out, Shout out. Und auch sonst sind wir auf allen Gängen gegen Social Media Plattformen zu finden, also bitte folgt uns und schreibt uns, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge hättet, das wäre nämlich ganz toll, weil wir lernen noch. Am liebsten auf LinkedIn. Wir sind noch Podcast-Lehrlinge. Genau, und auf LinkedIn sind wir nämlich auch zu finden und ich finde, das ist ganz wichtig, weil LinkedIn natürlich auch eine ganz tolle Plattform ist, wo wahrscheinlich die meisten von unseren Zuhörern Shout out an LinkedIn. Sponsored bei LinkedIn. Ja. Oh Gott. Nein, es ist kein Corona. Es ist kein Corona. Ja, aber es ist, und jetzt, also, das Traurige war wirklich, es war sehr ein trauriger Moment und ich konnte nur an Anna denken, das hat mir ein bisschen leid getan. Und ja, er ist jetzt, also Stephen ist jetzt versteinert. Ist er tot? Wir wissen es nicht. Ist dieser Altair begraben? Ist er weg? ist Mark jetzt on his own? Oder ist er noch mit dieser ominösen zweiten Gestalt, die in dem Sakrophag war dabei? Oder ja, das sind jetzt alles Fragen, die danach aufgeworfen werden. Es gibt übrigens noch eine Referenz, die ich letztens zu dem Tod von Stephen. Ja, ob er halt jetzt tot ist, wir nennen es mal Tod von Stephen, obwohl das mein Herz bricht. Es bricht wirklich maximal, aber ähm, und zwar, kennst du, du kennst doch den Film Alles steht Kopf, oder? Und da ist doch diese unglaublich traurige Szene mit dem Elefanten und dem Pinken. Der ja auch in der Kindheit entstanden ist und der immer da war. Ja, Moonlight copied. Plagiat. Nee, ist auch Disney. Was ist nicht Disney, frage ich mich. Ich bin nicht Disney. Nicht? Ich bin Disney. wer weiß, ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Ich habe so viel davon konsumiert, wahrscheinlich ist es schon so, meine DNA jetzt verankert. I'm probably Disney. Nee, aber ich, ich muss echt sagen, ich wollte wirklich aus diesem Podcast, ich wollte ihn witzig gestalten, ich kann nicht, kann nicht. Das macht mich zu traurig. ich kann, wir können nicht seit vier, fünf Folgen diesen Charakter lieben und jetzt ist er weg. Also ich muss als, als Co-Schöpfer des Steven-Fanclubs muss ich auch sagen, dass, dass mein Herz blutet wird und ich natürlich hoffe, dass er noch zurückkehren wird. Denn sonst, denn was bringt es sonst, diesen Podcast überhaupt weiterzumachen? Aber, das große Aber, wenn er nicht zurückkommt, dann war das vielleicht einer der schönsten und emotionalsten und tragischsten Marvel-Abschiede, die wir bisher hatten, wo es vielleicht auch gar nicht so blöd wäre, wenn sie es dabei überlassen, weil, ich meine, ich finde es wirklich, ich fühle mich wie ein Verräter, wenn ich das sage, aber Steven, dadurch, dass Steven ausgeschieden ist und eben diese Person, die die ganze Zeit den Koma von Mark abgeschottet hat, dass er weg ist und sich danach die Waage ausgleicht, impliziert ja im Prinzip, dass Mark endlich nach drei Milliarden Jahren, die er irgendwie verdrängt und gelitten hat, dass er bereit ist, mit diesem Kummer umzugehen und Ja, oder dass er sein Trauma im Endeffekt ja, vielleicht nicht unbedingt direkt bewältigt, aber sich diesem halt viel mehr gestellt hat und er auf dem Weg der Besserung ist. Ja, das habe ich mir auch gedacht, und es ist, das ist ja auch wichtig, dass man halt im Endeffekt das nicht glorifiziert als was Tolles, dass es mehrere Persönlichkeiten gibt, sondern dass das halt noch immer eine Krankheit ist, unter der Menschen leiden und dass das, wenn da Alters weniger da sind, dass das teilweise echt bedeutet, dass diese Person anfängt zu heilen. Ja, also und das stimmt schon, aber hätte nicht theoretisch hätte nicht Jake hätte nicht also hätte der nicht einfach vorkommen können und so dann schmeißt wir ihn über Bord hätte nicht einfach diese eine Persönlichkeit die wir nicht kennen gehen könnte oder das Hippo das Hippo nee ich muss echt sagen Taveret über die haben wir zwar jetzt gar nicht geredet aber das ist eine sehr sehr wholesome sehr sehr wenn wir jetzt wenn wir Taveret auf die Waage legen gegen Steven dann was was also nee da muss ich leider sagen egal aber wir sind ich bin Team Steven all the way bis ins Field of Reads und zurück und ich finde wenn das das Ende von Steven ist dann finde ich es ein bisschen tragisch dass er es so blöd fand dass er gestorben ist weil wenn er da jetzt so gestanden hätte er fand es echt nicht cool genau wenn er da so gestanden hätte und gemeint hätte ja Mark ich segne dich und ziehe dahin dass du wieder ein gutes Leben führst dann hätte das vielleicht ein bisschen mein Herz geheilt aber er fand es echt blöd also er ist gestorben und ja das hat echt weh getan das hat richtig weh getan er wollte wirklich zurücklaufen und wie die sich noch so gegenseitig ich kann das gar nicht nicht so traurig und es wurde geforeshadowed weil Steven jetzt kommt's Steven in der Folge davor meinte er hat Muscle Memory und weiß deswegen wie Mark die Sachen runterklettert in die Gräber und dann ist er einfach dumm runtergefallen und jetzt auf dem Schiff meinte er auch wenn Mark kämpfen kann kann ich auch kämpfen und da hab ich schon gedacht nee du kannst nicht dein Muscle Memory ist scheiße und drei Sekunden später fällt er über die Wand von dem Schiff Dank Steven ja Steven ist wirklich nicht der der also ja der körpergewandteste von den beiden obwohl er hat sich nicht schlecht geschlagen aber das war immer so am Anfang vom Kampf war er super und am Ende vom Kampf also er hat sich durchgezogen dieses Level er hat es am Anfang noch ein bisschen geschafft und versucht und dann war es einfach nur noch aber deswegen lieben wir Steven genau deswegen lieben wir Steven und ich bin ich bin am Diversität ich kann das nicht ich kann das entwörter ich will nicht dass der weg ist ich will das nicht das war so schön und normalerweise gucke ich ja Serien richtig oft an also Marvel Serien gucke ich richtig oft an ich weiß nicht ob ich es schaffe diese Folge öfter zu gucken ich glaube es gibt die einfach und ich bin gespannt wie also wir können ja jetzt mal irgendwie vielleicht Theorien abgeben wie wir denken dass nächste Folge wie die das auflösen weil ich glaube jetzt ist echt viel offen viel mehr als ich dachte das offen sein würde also ich denke da werdet schafft es auch ans Ufer von Osiris zu gehen also sie wollen ja zu Osiris damit Osiris Konshu holen kann und Konshu Steven wieder also Mark oh Gott mein Hirn ist voller Steven und Konshu Mark wieder zum Leben erwecken kann damit Amit gestoppt werden kann und ich denke das schaffen sie das glaube ich auch das ist jetzt erstmal so ich glaube der Plan wird eindeutig in Erfüllung gehen ich weiß nur gerade noch nicht wie er aus dem Field of Reads rauskommen will weil das ist ja schon das Afterlife so he's basically aber wenn sein Körper wiederbelebt wird dann wird er da ja vielleicht also Konshu kann ja tote Körper wiederbeleben und vielleicht wird er dann einfach wieder rausgesuckt aus dem Field of Reads ja vielleicht schafft er das auch mit Steven ähm Steven steve und ja genau deswegen das ist glaube ich die safe Theorie nicht so safe ist kommt Steven zurück und kommt was ist mit Jake wie etablieren sie Jake etablieren sie Jake überhaupt ist die Frage ich glaube schon sonst hätten sie das echt nicht so unglaublich prominent angeteasert das ergibt für mich gar keinen Sinn es kommt halt darauf an ob sie es glücklich machen oder nicht also ob es angenehm ist oder nicht aber ich denke ja ich glaube tendenziell auch weil es einfach zu viel angeteasert wurde aber ich bin ich habe Angst dass das irgendwie blöd läuft ja also ich werde falls falls sie die billige Lösung machen und Jake erst in die Aftercredit packen dann werde ich wütend diese Theorie die ich gerade aufgestellt habe werde ich mich nicht dafür feiern weil das ist dann nicht nicht in der nächsten Folge das ist die Aftercredit das ist für mich nicht in die Folge rein also ich glaube dass es auch schon vor der Aftercredit kommen wird weil wie gesagt zu viel geteasert ich weiß gerade gar nicht ob ich weil es ist gerade so all over the place irgendwie also man muss auch sagen das ganze Ding die ganze Handlung hat sich sehr von diesem Vorlagen Comic entfernt also ich habe mich da ein bisschen tatsächlich ich habe mich ein bisschen in die Comic Hintergründe reingelesen aus Interesse und Recherchegründen und das ist nicht was ich gelesen habe also wir sind in uncharted territory und was ich mich gerade noch gefragt habe was hat es mit den Szenen mit Harrow auf sich das ist für mich auch alles noch ein bisschen kryptisch gibt es noch eine Restchance dass das wirklich alles nur in seinem Kopf passiert ich glaube nicht aber vielleicht ist es trotzdem noch die große Auflösung und ja die die große die große Jake Frage das ist eigentlich für mich wirklich die größte das größte Fragezeichen für die nächste Folge in Verbindung auch mit dieser mit dieser Ausgleichung der Waage und wo sie Jake überhaupt in die Backstory noch reinschreiben wollen ist der neue neuer alter der irgendwie für Konshu entstanden ist das habe ich ja irgendwo in der Folge schon mal angevermutet dass der eben dafür da ist die ganz krassen Gewalttaten für Konshu zu machen aber das würde dann wieder sich widersprechen damit dass wir die ganzen Leichen gesehen haben die Mark auf einen gewissen hat also es ist wirklich nicht eindeutig und ich bin sehr sehr gespannt wie sie das nächste Folge alles auffangen wollen wie sie alles irgendwie logisch zu Ende bringen wollen ich hoffe es kommt kein großer CGI Showdown because I don't want that ah WandaVision ähm sorry WandaVision Flashbacks das war ach bitte nicht aber ja ich bin auch recht gespannt und ich hoffe sie wird ein bisschen ich hoffe es ist ein bisschen was lustiges dabei ich fand die Folge super jetzt ich mag die ich mag also ich mag diese Folge sehr sehr gerne vor allem weil sie halt super emotional ist aber sie hat mich jetzt schon sehr traurig gestimmt ich ähm mache jetzt hier einen Shoutout an einen kryptischen Shoutout denn es gibt eine Serie mit einer sehr ähnlichen Folge die auch sehr traurig ist und das ist vielleicht meine meistgeguckte Folge Einzelfolge ever weil ich die so grandios finde und wer die Folge gesehen hat wird wissen welche ich meine alle anderen sucht und findet denn oh Gott denn ihr verpasst ihr verpasst vor allem wenn ihr Moon Knight mögt aber ich darf leider nicht sagen welche Serie es ist denn dann spoiler ich die ganze Serie oh Gott das ist halt echt das ist ein Struggle es ist ein Struggle es ist echt ein Struggle okay also alle Leute auch bitte nicht dann kommentieren falls es falls irgendjemand kommentiert bitte nicht bitte nicht schreibt es mir privat auf all meinen nicht existierenden Social Media Kanälen ihr könnt uns privat schreiben aber eigentlich doch also falls es jemand weiß das wäre schon sehr witzig kann man so einen Daumen hoch oder sowas reinschicken das geht einen Daumen hoch in die Kommentare wenn ihr wisst wovon ich rede genau okay geil dann ich freue mich auf nächste Woche ich habe Angst vor nächster Woche aber ich freue mich und ich bin gespannt und ich gehe trotzdem etwas traurig ins Bett warte 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 deine Frage oh mein Gott ja ich habe eine Frage und die ist halt super philosophisch ah das hätten wir jetzt fast vergessen fast vergessen ich vergesse sowas nicht ja natürlich nicht also ich habe natürlich eine Frage vorbereitet und zwar hast du lieber dass du Sünden in deinem Leben begleichen also dass du Sünden in deinem Leben begleichst auf die Eventualität hin es gibt einen Himmel oder so eine Sequenz wie bei Mark Steven du bist du kannst nur in dem Moment dir was erarbeiten und hast halt dann eine ziemlich gesetzte Zeit in der du durch deine komplette Vergangenheit gehen kannst aber es ist nicht fix ob du in den Himmel kommst oder nicht also in den Himmel ins Afterlife kommst oder nicht okay also ich würde sagen ich glaube es lebt sich generell sehr viel schöner und entspannter ohne zu wissen was genau nach dem Tod passiert weil ich glaube ich lebe lieber mein Leben im Hier und Jetzt und in vollen Zügen anstatt dass ich mir jetzt die ganze Zeit denke oh ich muss irgendwie drauf aufpassen weil ich sonst in meinem sehr eng gesteckten Zeitfenster vor dem Tod alles irgendwie aufräumen muss und deswegen bin ich die ganze Zeit gestresst und hab Angst vor dem Tod und weiß eventuell komme ich in die Hölle und nicht ins Field of Reads und dann wäre ich glaube ich mein ganzes Leben lang nur gestresst wenn ich zu 100% wüsste dass am Ende so voll die voll der Kampf kommt ob ich jetzt in die Hölle komme oder nicht und da würde ich lieber sagen ich lebe in meinem jetzt ich Zustand normal weiter im Ungewissen und schau dann einfach was passiert das finde ich sehr schön und das finde ich aber okay das ist sehr gut nachvollziehbar das finde ich aber auch so ein bisschen dann ist ein bisschen weniger Dankeschön auf jeden Fall gut dann finde ich das war eine schöne ein schönes Schlusswort und dann bin ich gespannt wie es nächste Woche weitergeht ich kann es nicht erwarten ehrlich gesagt ich möchte dass es jetzt schon gerade ist aber dann haben wir Klarheit und dann können wir sagen ob es gut wird oder nicht und ob wir Recht hatten oder zu wie viel Prozent wir Recht hatten mit unseren Theorien und zu wie viel Prozent nicht ja unsere Fan-Theorien werden noch wahr ja Punkt 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 Safe und damit konkludieren wir auch diese Folge Punkt Punkt